Und dieses flatten the curve, oder was? Das ist übrigens kein Corona, ich habe mich nicht verschluckt. Ich hatte mir gewünscht, dass das nicht passiert, dass dieses Virus uns nicht so in eine solche Lage bringt. Der Norden von Schweden ist ja quasi, da ist die Quarantäne und die Isolation der Naturzustand. Also ich bin da nachts noch unterwegs. Wir nehmen die Situation sehr ernst. Hände waschen, das ist genau das Gefährlichste, was man überhaupt machen kann. Wir müssen auf jeden Fall die Katastrophe abwenden. Aber der Quatsch war ja jetzt erstmal auch in der Welt. Die Sorge bleibt. Wir wissen jetzt mehr über das Virus als noch im Januar. Wir können uns hier in Deutschland auf Expertinnen und Experten stützen, die zu den besten und angesehensten in der Welt gehören. Also ich habe ja einen großen Twitter-Account, wo wir viele Leute folgen. Aber in der letzten Minute habe ich dann entschieden, Medizin zu studieren. Es gibt ja diesen Spruch, dass die Vorbergemedizin, also die Präventionsmedizin keine Helden kennt. Ich hätte weiter versucht runterzudrücken. Dann hätten wir die Möglichkeit gehabt, so etwas wie das Südkorea Europas zu werden. Jeder Tote ist zu viel. Ich habe also zehn Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt. Die Situation ist weiterhin sehr dynamisch. Weil wir in der schwersten wirtschaftlichen Situation sind der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Ja, ein Virus, mit dem wir keine Erfahrung haben, ist beunruhigend. Deutschland hat ein exzellentes Gesundheitssystem. Vielleicht eines der besten der Welt. Das kann uns Zuversicht geben. Wir nehmen die Situation sehr ernst. Da ist eben jetzt diese Pandemie dazugekommen. Jeder Tote ist zu viel. Der gesundheitliche Schaden, der entsteht, weil man einen Arztbesuch oder einen Klinikbesuch vermeidet, der darf am Ende nicht größer sein als das Risiko durch das Virus. Die Sorge bleibt. Aber ich habe gedacht, dass ich es so privilegiert mit anderer Menschen zu studieren hätte. Ich könnte etwas願igen online arbeiten, das aber was andere Menschen zu bekommen hat. Das war meine Entscheidung. Deshalb habe ich Kirchen studiert. Ich wäre nie zu so einer Demo hingegangen. Ich möchte ja denjenigen den Rücken stärken, die jetzt so vernünftig sind, nicht zu so einer Demo zu gehen. Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind. Ich will nicht aus der Schule plaudern, aber Herr Kekulé hat häufiger eine Position vertreten, aber die meisten Virologen, Schmidt-Chanassit, Herr Kreuslich, Herr Drosten, die Epidemiologen aus Braunschweig, ich sehe mich selbst, aber wir haben allesamt immer gesagt, eine zweite Welle muss mit allen Mitteln verhindert werden. Jeder Tote ist zu viel. Wir haben es hier mit einem Coronavirus zu tun, wie wir es noch nie gehabt haben. Aber am Ende des Tages, ich mag, sagen wir, das stresvolle Umgebung, ich mag die Herausforderungen und so weiter. Ja, hallo, ich bin Karl Lauterbach. Das ist also, sagen wir, 80 Prozent der Vorbeugemedizin ist die Erklärung dessen, was man macht, weil wenn ich die Bevölkerung nicht mitnehme, dann gelingt nichts. Aus unserem persönlichen Alltag wissen wir, mit einem kühlen Kopf können wir Herausforderungen am besten bewältigen. Das gilt auch für den Umgang mit dem Coronavirus. Gut vorbereitet sein heißt, auf Entwicklungen flexibel reagieren zu können. Ich denke, die Medizin macht einen besseren Welt als Mathematik oder Ökonomik. Wenn ich den Ruf habe, also ein Experte oder ein anerkannter Wissenschaftler zu sein, das geht mir auch nicht anders. Ich muss jeden Morgen und jede Nacht lesen. Wie ich schon sagte, erstmal ist das Virus eine demokratische Zumutung. Und wir können jetzt überlegen, wie kommen wir aus dieser Situation möglichst gut heraus. Wer war noch mal die junge Frau, mit der ich da auf der Bank gesprochen habe, die aus Frankreich kam? Ich bin sorry, aber ich will nicht sein, dass ich ein Emperor sein möchte. Das ist nicht mein Geschäft. Ich will nicht regeln oder regeln jemanden. Ich möchte alle helfen, wenn möglich. Jew, Gentile, Black man, White. Wir wollen alle helfen. Menschen sind wie das. Aber wir haben den Weg verloren verloren. Wenn die Pandemie zurückkommt, dann sehen die Protestler, die für Hygienelockerungen gesprochen haben, aus wie Verrückte. Ihr kamt wahrscheinlich an die Literatur nicht ran. Ich habe in der Kernforschungsanlage jünglich promoviert. Als Mediziner, aber in einem Zwischenbereich, der auch mit Physik ein bisschen was zu tun hat. Nuklearmedizinische Doktorarbeit, kein Plagiat. Und so sind wir also das, wenn sie was nach Corona.. Wenn das im Sommer einigermassen durchschmort… Das muss nicht unbedingt die menschlichste Lösung sein. Wir müssen auf jeden Fall die Katastrophe abwenden. Jeder Tote ist zu viel. Wir kommen in ein neues Welt, ein wunderschöneres Welt, wo Menschen über ihre Hade, ihre Griebe und Brutalität seien. Der gesundheitliche Schaden, der entsteht, weil man einen Arztbesuch oder einen Klinikbesuch vermeidet, der darf ja am Ende nicht größer sein als das Risiko durch das Virus. Konjunkturprogramme haben immer die Eigenschaft, dass sie ja nur kurz und damit auch einmalig wirken, aber etwas wieder in Gang bringen, was dann hoffentlich wieder gut nachher weiterläuft. Und ich glaube, dass das für viele Familien jetzt auch eine gute Sache ist. Die Sorge bleibt. Und Karl, wo ist die Fliege? Die Fliege habe ich in letzter Zeit ohne dies häufiger nicht angezogen. Es gab riesige Gemeckere. Da waren meine Töchter involviert. Die sagten, also die Zeit der Fliege wäre vorbei. Das wäre früher gegangen, wo ich noch jünger wäre. Jetzt würde sie mich noch älter machen, als ich ohne dies bin. Es fehlen sogar so Begriffe wie peinlich und dergleichen. Ich fliegen bekommen kann Covid-19. Ich wäre nie zu so einer Demo hingegangen. Ihr geht nicht hin, ich gehe auch nicht hin in dem Sinne. Das ist das Syswood, nächste Differenz. Ich versuche einfach, mehr Dynamik auszustrahlen auf diesem, sagen wir mal, relativ bemühten Weg. Wie soll ich denn den Bürgern erklären, wenn ihr mit jemandem in Kontakt wart, dann geht in Quarantäne und lasst euch testen. Und die Fußballer gehen, gehen nicht in Quarantäne und dürfen sogar Wartespielen, selbst wenn einer krank geworden ist. Ich drücke es mal so aus, dass es einfach schlicht blanker Hunde sind. Datenschutz, auf höchstem Niveau mit einer freiwilligen Lösung, Datensicherheit, das nicht gehackt werden kann. Ich habe mir auch nach wie vor sehr viele Fliegen geschenkt. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Ich habe also zehn Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt. Das uns, das ist gut, makes the difference. Wo hast du denn Englisch und Amerikanisch gelernt vorher oder hast du es erst dort gelernt? Unselfly quasi. Also wenn du da ein paar Monate bist, kommt das Wunderland. Jeder Tote ist zu viel. Ja, ein Virus, mit dem wir keine Erfahrung haben, ist beunruhigend. Ja, die Bilder aus China waren beunruhigend. Empirisch ist das eine sehr schwierige Sache, darüber jetzt zu reden. Ich neige sowieso dazu, lange Antworten zu geben, mit vielen Studien und Qualifikationen usw. was will ich euch hier sehr sparen, in dem Sinne. Also Hände waschen. Verbieten kann man es niemandem. Aber der Quatsch war ja jetzt erstmal auch in der Welt. Ich bin da der Letzte, der bestreiten würde, dass wir nicht auch Fehler gemacht haben. Weil wir in der schwersten wirtschaftlichen Situation sind der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Wir wissen jetzt mehr über das Virus als noch im Januar. Jeder Tote ist zu viel. Es ist in ganz Deutschland gut gelaufen. Wir werden sehen, ob es wirklich gut gelaufen ist. Das wäre in der Deinfektionszahl. Das kann man noch nicht vom Gefühl her. Ich hoffe, dass es gut gelaufen ist. Mit einem kühlen Kopf können wir Herausforderungen am besten bewältigen. Das gilt auch für den Umgang mit dem Coronavirus. Die Sorge bleibt. Lassen Sie mich versichern. Für jemanden wie mich, für die Reise- und Bewegungsfreiheit ein schwer erkämpftes Recht war, sind solche Einschränkungen nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen. In der letzten Minute habe ich dann entschieden, dass die ruklearmedizinische Doktorarbeit kein Klage hat. und ich dachte, das ist das, was die difference ist. Musik 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 Vielen Dank.